Äh, live aus dem Karaholler Ridulieu, unser Frankini! Hey, Boy! Cooles Treffen mit euch im Park, war das ne Show? Echt ziemlich stark! Wenn ich dürfte, ganz cool. Hey, Frankini, ich bin kein Fan, doch geht Danger und Captain Man, find ne Lösung und brechen den Flur. Hör mal, Alter, es ist genug. Ja, klar, es war mir schon währenddessen etwas peinlich. Wie auch immer. Ihr wolltet mit mir ne Keile reiht, doch Frankini war nicht dabei. Wie die Sache läuft, habt ihr nicht kapiert? Ich erklär euch, wie es funktioniert. 6, 7, 8. Trefft mich heute Nacht, dann wird ein Wettbewerb gemacht. Ich hab nicht gegen vier Besuch, singt gegen mich und ich spreche den Fluch. Ist das wirklich Zwang, wir alle kämpfen mit Gesandt? Haben eure Freunde im Gepäck, gewinnt gegen mich und der Fluch ist weg. Und wir werden live streamen, das wird ein Uschmaus. Das ganze live streamen für die Stray Viewer zu Haus. Wow, 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 trefft mich heute Nacht, dann wird ein Wettbewerb gemacht. Ich hab nichts gegen vier Besuch, singt gegen mich. Klau zu Guma, singt gegen mich, gewinnt gegen mich. Und ich spreche den Fluch. Danke, Bein. Au. Hallo. 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 Hallo.